Jerry, Alter, vorhin! Hier kommt Seinfeld. Alle mal herhören, ich bin wieder da! Also das ist die erste vernünftige Idee, die ich heute gehört habe. Mit der neunten Staffel. Wir hätten die mal schon vor fünf Jahren bringen sollen. Bei diesem Sender sind nur Idioten. Das ist ja alles wahnsinnig aufregend. Das große Finale. Sehen Sie sich das an. Halt die Klappe! Seinfeld, die neunte Staffel. Ab 16. Mai, ab 0.30 Uhr. TNT Serie, täglich von...